Grundschüler mit Spaß und Freude an das Thema Geld und Finanzen heranführen. Ist das möglich? Ja, ist die bestimmte Antwort der Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien-Eggie. Sie entwickelte das Konzept Zauberhafte Wertkompetenzaufklärung für die Region Görlitz. Dabei reist eine Zauberkünstlerin von Schule zu Schule und vermittelt den Grundschülern der dritten Klassen die Themen Wünsche, Sparen, Geld und Geldkreislauf gekonnt mit magischen Kunststücken. Für einen lebensnahen und kurzweiligen Unterricht fließen auch die eigenen Erfahrungen der Kinder mit ein. Damit können auch sie später zu zauberhaften Profis im Kreislauf des Geldes werden. Für das magische Projekt und die kindgerechte Wissensvermittlung an die ganz Jungen verleiht das Publikum des Online-Votings den Easy Credit Preis für finanzielle Bildung.